Willkommen zu einem Medium beinahmein zu Guardians of the Galaxy William II. Statistik in erster Strahlung in den deutschen Kinos am 24.04.2017 Produktionsstudios Marvel Studios Walt Disney Pictures Walt Disney Studios Motion Pictures Einspielergebnis 77,86 Millionen Euro Produktionskosten 178,44 Millionen Euro und Gewinn 5,92,42 Millionen Euro Im zweiten Teil entwickeln sich die Charaktere weiter, alle bis auf Drex Der ist im Grunde nur für die Gecks da Die Gecks des Films sind lustig, also ich muss wirklich sagen, der Mafium-Humor gefällt mir nicht, so muss ich sagen Aber dieser Film, der Humor des Films gefällt mir richtig gut Deshalb muss ich nicht jedes Mal lachen und ich wusste auch viel Lachen bei dem Film Also ja, und dieser Film macht einfach nur Spaß Also dieser Film ist richtig lustig auch, aber jetzt kommen wir weiter Hier kurz zur Story Nachdem Rocket von den Severics eine Batterie gestohlen hat, werden sie von ihm verfolgt Und landen auf einem Planeten Sie treffen dort auf Igo, der sich als Vater von Peter ausgibt Also von Peter Quill ausgibt, genau Erinnert dessen mit Yondo, der von den Wehrmatchern verstoßen wird wegen Kindeshandel Erinnert dessen mit Yondo von den Wehrmatchern verstoßen wird wegen Kindeshandel Doch er bekommt von den Severics den Auftrag, in dem die Guardians of the Galaxy auszuliefern Soweit zur Story Der Schurke Taserface, der die Mannschaft von Yondo hier gegen ihn aufbringt, hat einen lustigen Namen Taserface Denkt man nach Taserface Oh Mann, was ist das für ein Name? Taserface Oh Mann Aber er ist eine Bedrohung Und er ist schlau, weil er zu richtigem Zeitpunkt handelt Also meutert Weil Yondo die Guardians of the Galaxy nicht ausliefern will Und er lässt alle töten, die in Yondo glaubten Und die sie ihm zum Yondo gehalten haben Peter und Gamora werden jetzt auch ein bisschen zum Paar, muss man sagen Rocket lernt auf den Jugendlichen gut aufzupassen Und dass die Guardians seine einzige Familie sind Und der Konflikt zwischen Gamora und Nephila ist gut und emotional Denn Thanos hat auch, nachdem sie immer wieder verloren gegen Gamora verloren hat Ihre Körperteile ausgerissen Und sie durch technische Technik ersetzt Dadurch erlitt sie furchtbare Schmerzen Doch sie wollte einfach nur eine richtige Schwester haben Und Gamora dachte nur ans Gewinnen eben Und die beiden am Ende sprechen sich aus Und werden und schließen sich dann zusammen Ygo ist ein Silestiel Ein gottähnliches Wesen, das die ganze Welt beherrschen will Indem er das Universum ausradiert Und er ist wirklich der Vater von Peter Dann kommen wir noch zu Mentes Sie kann die Gefühle anderer spüren Und auch zum Teil steuern Und sie ist Ygosklafin Doch sie stellt sich ihrem Meister Und kann ihn für ein paar Minuten ruhig halten Denkmal nachher ist ein gottähnliches Wesen Und sie kann ihn für ein paar Minuten ruhig halten So schwach wie sie ist Viele halten sie für schwach Und belächeln sie oft Eigentlich ist Memphis sehr stark Sie kann sogar Ego kurzzeitig ruhig halten Der Kampf gegen Ego ist einfach nur episch Währenddessen der erste Wesen Mit dem ersten Film Wie ist er denn gleich wieder Wohin der Exeggur schon nicht wirklich stark war Und eigentlich auch ziemlich uninteressant war Muss man sagen Und auch irgendwie ein Ja Komplett normaler Mafischukgeweiben Muss man sagen Ego ist richtig stark eben auch Und Ego ist richtig stark Und Ja ich verstehe nicht ganz Warum er nur die ganze Welt beherrschen will Er will der einzige Er will kein Lebenssinn und so alles eben Aber er denkt eben Er kann das Leben auslöschen Und dann eben über alles herrschen Indem er alles zu sich selbst macht Das verstehe ich nicht ganz Was man sagen Und am Ende opfert sich Yondu für Peter Für Peter Quill Dieser Moment ist einfach nur traurig Yondu war der Vater Den Peter Quill nie hatte Der Film ist Den Film Den Peter nie hatte eben Weil Yondu hat Also Yondu hat ihn deswegen nicht ausgeliefert Weil er Peter mag Weil er für ihn wie ein Vater sein wollte Weil er selbst nur Böses getan hat Er wollte endlich mal was Gutes Gutes tun Und er hat sich für Peter geopfert Und seine Beerdigung Und all das was er bekommt Ist einfach nur traurig Weil ich sage Ich fühle mich Er war Peters Vater Er hat sich geopfert Das war ein sehr emotionaler Moment Muss man sagen In diesem Film Wie gesagt Der Film ist emotional Lustig Und eine richtig gute Fortsetzung Man braucht nur den ersten Teil Um ihn zu verstehen Man braucht nicht Die ganzen MSU-Filme Hier geht es mir nur um Die Guardians of the Galaxy Wie sie sich eben weiterentwickeln Und wie sie Und um Yondu eben Der sich dann einen oder anderen opfert Und wie gesagt Die beiden Guardians of the Galaxy Filme Sind die einzigen vielleicht Die Filme Die eine richtige Regisseur Vision hatten Eben Die von James Gunn Und James Gunn Hat seine Vision Durchgezogen Und durfte auch durchziehen Bei vielen anderen MSU-Filmen Spürt man keine Vision Der Regisseurs eben Und hier schon eben Das ist einfach James Gunn Vision von einer Von einer Hustruberhelden-Truppe eben Das muss man sagen Hat er richtig gut gemacht eben Und er durfte sich hier Wirklich austoben Muss man sagen Er hat einen richtig guten Schurken eben Und das Opfer ist einfach Nur emotional Yondos Opfer ist einfach Nur emotional Und hat mich gerührt Dieser Film hat Spaß gemacht Aber auch Er war auch tragisch Weil eben Yondo gestorben ist Und sich geopfert hat Also wie gesagt Richtig guter Film Das war's auch schon Mit dem Video Meiner Meinung nach Zu Garns Auf der Galaxy Danke fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Und bis zum nächsten Mal